Ich fange gleich mal mit einer Frage an dich, ja, dich, meinen Zuschauer an. Du hast doch bestimmt irgendein Spiel, das du weit über alle anderen stellst. Ein ganz besonderes. Eines, das dich damals beim allerersten Spielen einfach nur weggeballert, begeistert, fasziniert hat. Und das ist, was sehr wichtig ist, heute noch immer und in derselben Intensität tut, oder? Also ich habe so ein Spiel. Dieses hier nämlich. Vorhang auf für ein Genre-Meilenstein. Für einen wegweisenden Klassiker. Für eines der besten, nein, für, wie ich finde, das beste Spiel aller Zeiten. System Shock 2. Schau dich an. Eine, eine erbärmliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, die röchend und schwitzen durch meine Korridor. Wie kennst du eine Perfekte, unsterbliche Maschine herausfordern. Ganz ehrlich, auch beim x-ten Mal läuft mir bei diesem Intro noch immer ein Schauer über den Rücken. Shodan ist aber auch ein echt angsteinflößender Gegner. Doch zu der durchgeknallten künstlichen Intelligenz komme ich später. Denn worum geht's in System Shock 2 überhaupt? Das Spiel setzt gut vier Jahrzehnte nach dem ersten Teil an. Wir schreiben das Jahr 2114. Und es herrscht Aufbruchstimmung. In Form des Überlichtschiffs UNN von Braun, das zum weit entfernten Planeten Tau Ceti V entsandt wird. Man erwartet sich vieles davon. Wissenschaftliche Erkenntnisse, wegweisende Experimente, ja vielleicht sogar die Antwort auf den Ursprung allen Lebens. Doch es kommt natürlich anders. Was das ist, bekomme ich am Anfang des Spiels noch gar nicht so wirklich mit. Denn meine Figur wird plötzlich aus dem Kryoschlaf gerissen und von einer ominösen Frau namens Janice Polito per Funk lediglich darüber informiert, dass offenkundig etwas auf der von Braun schiefgelaufen sei. Irgendein wurmähnlicher Parasit hat sich einen Großteil der Besatzung bemächtigt und die Crew quasi assimiliert. Zu ihresgleichen gemacht. Nun soll ich herausfinden, was genau passiert ist. Und ja, die Kohlen aus dem Feuer holen. Na, wenn's weiter nix ist. Ist es aber schon, denn System Shock 2 vermittelt bereits zu Beginn ein enorm beklemmendes Gefühl der Isolation, der Hilflosigkeit und der Einsamkeit. So wie man es zum Beispiel aus dem ersten Alien-Film kennt. Sozialen Kontakt erhalte ich nur durch die Funksprüche von Janice, die mir erklärt, was gerade passiert und die mir sagt, wohin ich gehen und was ich tun soll. Das erste übergeordnete Ziel, ich soll mich mit ihr auf dem vierten Deck der von Braun treffen. Ärgerlich dabei, der Aufzug dorthin hat keinen Strom, also gilt es erst dieses Problem zu lösen. Und noch zwei Dutzend weitere auf dem Weg von hier, dem Wissenschaftsdeck, zu Polito, die sich eben ganz woanders auf dem Schiff versteckt. Also beginne ich die von Braun Deck für Deck zu erkunden, was Deck für Deck eine echte Zerreißprobe für meine Nerven wird. Nicht nur, weil's stets recht düster ist und ich nie sicher sein kann, was mich hinter der nächsten Ecke erwartet, sondern auch und vor allem, weil mir mein Verstand immer wieder Streiche spielt. Oder doch nicht? Jedenfalls tragen ominöse Stimmen nicht gerade zu meinem psychischen Wohl bei. Oder Geister, die unvermittelt auftauchen und mir einen meist unheilvollen Blick in die Vergangenheit gewähren. Dazu kommen die berühmten Audiologs, die überall auf dem Schiff verteilt liegen und die mir beim Abspielen dank großartig vertonter Zeilen mehr und mehr über das verraten, was auf der von Braun vorgefallen ist. Eine brillante Idee. Denn so können die System Shock Autoren nicht nur auf subtile Weise die Geschichte erzählen, sondern auch für ordentlich Horrorstimmung sorgen. Nicht zuletzt erfahre ich durch die Audiologs auch sehr nützliche Hinweise, etwa wo versteckte Munitionslager liegen, Tipps, wie man den ein oder anderen Gegner überwältigt oder Codes für verschlossene Türen. Es lohnt sich also, die Umgebung penibels nach den Hörbüchern abzusuchen. Spaß macht es aufgrund der dadurch extrem dichten Atmosphäre sowieso. Kein Wunder, dass sich nicht wenige Spiele, allen voran Bioshock 1 bis 3, die geistigen Nachfolger der System Shock Reihe, die Idee der Audiologs geborgt und sie übernommen haben. Gemein ist zudem, dass System Shock 2 meinen Adrenalinspiegel auch auf eine weitere, enorm fiese Art und Weise auf konstant hohem Niveau zu halten vermag. Nämlich durch die Tatsache, dass erforschte Flure und Räume einmal von Gegnern gesäubert nicht unbedingt gesäubert bleiben. Kierig in bereits abgegraste Areale zurück und das kommt wegen des verwinkelten nicht leeren Jahren Level-Designs häufig vor, kann es durchaus passieren, dass plötzlich ein Infizierte um die Ecke biegt und mir seinen Schraubschlüssel über den Schädel ziehen will. Ich sag euch, wie oft ich vor Schreck geschrien habe, deswegen meine Güte. Apropos Schraubschlüssel. Glücklicherweise bin ich auf meiner Suche nach Janice nicht ganz wehrlos. Im Gegenteil, denn im Verlauf glaube ich meist von irgendwelchen unglücklichen, weil toten Besatzungsmitgliedern diverseste Schießprügel auf. Großartig rumballern ist in System Shock 2 allerdings trotzdem nicht, denn Munition ist rar gesät. Nicht selten macht meine Waffe alsbald nur noch Klick, weil leer. Verstärkt wird dieser hoch spannende Survival-Horror-Ansatz dadurch, dass ich höllisch drauf aufpassen muss, welche Art von Munition ich bei welchem Gegner einsetze. Standardkugeln etwa richten bei Cyborgs wie diesem nicht sonderlich viel Schaden an. Resultat eines solchen Denkfehlers, so unfreiwilliges wie frühzeitiges Ableben. Um dem entgegenzuwirken, darf ich gefundene oder durch absolvierte Quests erhaltende Cybermodule in den Ausbau meiner Talente investieren, quasi wie Fertigkeitenpunkte in einem Rollenspiel. So erhöhe ich zum Beispiel die Chance erfolgreich zu hacken oder Maschinen zu reparieren, baue Attribute wie Stärke, Ausdauer, Wendigkeit und Siegkräfte aus oder lerne neue Waffengattungen benutzen zu können. Ebenfalls cool, das entsprechende Talent vorausgesetzt, kann ich gefundene Überbleibsel ledigster Gegner erforschen und so diverse Schwachpunkte über sie herausfinden. Diese Erkenntnisse können passiver Natur sein, nach dem Motto ich richte nun automatisch 25% mehr Schaden an oder ich muss es mir einfach merken, zum Beispiel dass dieser oder jener Gegner besonders anfällig gegen Brandgeschosse ist. Außerdem darf ich meine Waffen stufenweise modifizieren, wobei auch hier gilt, das geht nur dann, wenn ich das entsprechende Talent durch den Einsatz von Cybermodulen gelernt und ausreichend ausgebaut habe. Dann nämlich kann ich durch dieses Minispiel zum Beispiel Schaden, Magazinkapazität oder Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Noch ein Quäntchen mehr Rollenspiel erfahre ich an diesen sehr seltenen Terminals, an denen ich mich dauerhaft für eine von 16 passiven Fertigkeiten entscheiden kann. Blöd, wer hier nicht genau überlegt, denn der Sinn dieser Talente schwankt konsequent zwischen perfekt muss ich haben und für was zum Geier soll das denn gut sein? Was man beim ersten Durchgang des Spiels aber meist erst viel zu spät merkt. Neuverteilung? Pff, ist doch was für Rollenspielweicheier. System Shock 2 gelingt dabei ein überaus grandioser Spagat, denn durch diese unterschwelligen Verbesserungen, Ausbauten und Modifikationen fühle ich mich zwar sukzessive stärker und besser der Situation gewachsen, habe aber trotzdem immer noch stets das unangenehme, aber enorm aufregende Gefühl, nur eine hilflose Maus in einem Labyrinth zu sein. Eine Maus, die zudem wie eine Marionette gesteuert wird. Und zwar von ihr. Ich bin Shodan. Shodan, eine künstliche Intelligenz, die dafür verantwortlich ist, dass sich die parasitären Würmer überhaupt auf der von Braun ausgebreitet haben. Das Problem, Shodan ist die Kontrolle über die Masse, so nennen sich die Infizierten, entglitten. Weshalb sie mich braucht, das Schiff, ja, quasi zurück zu erobern. Es entsteht eine unheilvolle, symbiotische Zweckgemeinschaft. Shodan braucht mich und ich brauche Shodan, denn nur durch sie habe ich überhaupt eine Chance, die von Braun leben zu verlassen. Wobei ich mich häufig frage, ob Shodan das überhaupt zulassen wird, bei Sätzen wie diesen Den Autoren bei Irrational Games bzw. Looking Glass und allen voran Lead-Designer Ken Levine ist mit diesem Antagonisten, mit diesem scheinbar übermächtigen Gegner ein Geniestreich gelungen. Shodan sieht nicht nur fies aus und klingt nicht nur ebenso fies, sie führt auch einen faszinierenden, psychologischen Krieg gegen mich. Motivierende, weil Hoffnung versprechende Befehle mischt sie immer wieder mit unterschwelligen Drohungen. Ich weiß nie so richtig, woran ich an ihr bin, ob sie mir wirklich hilft oder doch nur benutzt und was ihr eigentliches Ziel ist. Und vor allem, je weiter ich voranschreite, desto mehr wird Shodan bewusst, dass ich eine Gefahr für sie werde. Was sie immer gefährlicher macht, weil ich nun immer weniger weiß, zu was sie wirklich imstande ist. Shodan ist ein wenig wie Glados aus den Portal-Spielen. Nicht so humorvoll, definitiv nicht. Dafür umso undurchsichtiger, hintertriebener und cleverer. Quasi der Heath Ledger Joker der Videospiele. Ich liebe sie dafür. Ist schon beinahe wie beim berühmten Stockholm-Syndrom. Ich werde von jemandem bedroht, gequält und vielleicht sogar getötet. Und trotzdem fasziniert mich dieser jemand, hält mich bei der Stange, fesselt mich. Sprichwörtlich. So muss das sein mit einem Helden und seinem Gegenspieler. Nehmt euch daran ein Beispiel, liebe Entwickler. Wie auch an so ziemlich jedem anderen Spielelement, das System Shock 2 auszeichnet. Die hochgradig spannende, weil subtil gruselige Survival-Horror-Atmosphäre, das clevere Level-Design, die geschickt eingewobenen Rollenspielelemente. Ja, all das macht System Shock 2 zu einem rundum runden Spiel. Zu einem faszinierenden Erlebnis. Zu einem Meilenstein. Einem Meilenstein, der, wie ich finde, schon längst mal ein HD-Remake hätte erfahren dürfen. Freiwillige vor. Meine Unterstützung hättet ihr definitiv. By the way, an alle Fans, ist euch schon mal aufgefallen, dass das Symbol auf den Cyber-Modulen genauso aussieht wie das Triforce aus Zelda. Sachen gibt's. Vielen Dank, Irrational Games und Looking Glass für dieses großartige Spiel. Ich liebe System Shock 2. Und zwar so sehr, dass ich vor ein paar Jahren meine Schwester beauftragt habe, mal Shodan mit Öl auf Leinwand zu malen. Das ist dabei rausgekommen. Richtig tolles Bild. Ja, zusammengefasst möchte ich nur sagen, ich habe noch nie jemandem derart nahegelegt, ein Spiel zu spielen oder nachzuholen, wenn man es noch nicht kannte, als bei System Shock 2. Also, wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, unbedingt nachholen. Ein brillantes Meisterwerk. Einen Podcast mitумst sensors in der convin Knock-Man stell� Freie Bild 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 Vielen Dank.